Besser zu informieren, heute findet eine Evakuierungsübung im Krankenhaus statt. Ausgearbeitet wurde die durch die Krankenhausleitung bzw. den Brandschutzbeauftragten des Krankenhauses. Im Einsatz seien wird der Leuchtzug 1 der Feuerwehr Gummersbach. Das ist eine Evakuierungsübung, wo die Schnittstellen der Kommunikation Krankenhaus, Feuerwehr geübt werden sollen. Unsere bestehenden Konzepte wollen wir auf den Prüfstand stellen und bei Gegebenheit verbessern und anpassen, um effektiv im Ernstfall handeln zu können. Ich gehe davon aus, dass wir ungefähr mit 65 Einsatzkräften hier sein werden.